Urdhva Ekahasta Ardha Baddha Padma Vrikshasana ist der Baum im halben gebundenen Lotus. Von der Stehhaltung ausgehend beuge das rechte Knie, gib das Fußgelenk an die Hüftbeuge, fasse mit der rechten Hand hinter dem Rücken an den Fuß und hebe den linken Arm nach oben. Du kannst aber auch Daumen und Zeigefinger berühren lassen zu Chin Mudra.